Easy Go Yo Leute, Magstar hier Und heute geht's weiter, wie gesagt Mit der Mission Springflut Leute, ich habe nämlich das ganze auch ein bisschen falsch gelesen in der letzten Folge Ich habe Springflucht gelesen Aber ne, es heisst Springflut Leute, stelle die Energieversorgung in der Station wieder her Gehe zum Generatorraum Und schalte die Wellen Energie umwanderein Okay Gut, dann mache ich das mal Okay Leute, gut, dann würde ich sagen Legen wir jetzt gleich mal los und werden mal das ganze Diesen Strom hier natürlich mal Ausschalten bei diesem Energie Umwandler Oder was das ganze auch immer ist Ja, auf jeden Fall sind wir schon ziemlich weit gekommen in der Rot-Legion Leute, weil Wir sind immer noch bei der Rot-Legion dran Bei dieser Kampagne eigentlich Und nehm, wir sind eigentlich schon ziemlich weit gekommen Schon in den letzten Folgen Muss ich jetzt eigentlich Ganz ehrlich zugeben So, ich gehe jetzt mal in diese Richtung Ja, da haben wir natürlich wieder sehr viele Feinde zu erledigen Sehr schön, die werde ich alle auf meinen Nacken erledigen So, ganz schnell werde ich die mal alle kurz schnell ausschalten Ja, komm 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 Kommt nur näher Kommt nur näher Zerstört Junge Kommt her Ja, ich erledige euch alle Sehr schön Oh mein Gott, ja Die nächsten bitte Alter, wieso habe ich jetzt nur noch diese Waffen zur Verfügung? Ja, jetzt Okay, habe ich nichts getroffen Auch keine Munition mehr Ja, traurig ey Richtig traurig jetzt gerade im Moment Okay, denn Der ist sehr schwierig zu erledigen Okay, vielleicht jetzt Keine Munition mehr Ja, dann muss ich diese Waffe allnehmen Sehr schön Gut Dann würde ich mal sagen Schalten wir das Ganze mal aus Was wir hier ausschalten müssen Holiday, wir müssen dich wieder in die Luft bringen Wir brauchen eine Gefahrenabschätzung aus der Luft Damit alles sicher bleibt Oh, oh Ja, weisst du Mein Schiff musste während der... Wieder ein Stieg eingeschränkt, okay Sobald alles läuft Führen wir deine Reparaturen zuerst durch Herrlich Sehr schön Ich bleibe jetzt mal ganz schön in Deckung, Leute Sehr gut Okay, die nächsten getrauen sich glaube ich nicht hier vorne Dann mache ich halt den ersten Schritt Sehr gut Rassiert Rassiert Oh mein Gott, Alter Der wäre mir zu nahe gekommen Ey Ja, komm jetzt Oha, ja Da habe ich doch aber schön ein paar Gegner abgeschossen Ja, jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmals Dann haben wir hier richtig viel Action los Okay, die muss ich jetzt da alle erledigen Den erledige ich Okay, wenn die jetzt Wenn das immer mehr werden, Leute Irgendwann reicht es denn Dann mache ich C, Leute Und kurzer Prozess Ja, kommt doch angreifen, Mann Die haben einfach manchmal keine Eier So, jetzt kann ich es ausschalten, Leute Wellen, Umwandler, Aktivieren Ah, ich muss den aktivieren, okay Habe ich das Ganze wieder falsch gesagt So, Ziel abgeschlossen, Leute Gut, das haben wir jetzt schon mal gemacht Okay, wir sitzen immer noch im Dunkeln Das ist nicht gut Irgendwas lief falsch Die Kolbenklemmen Die Kolbenklemmen? Tut mir leid Aber du musst dafür mich raus Und eine Übergangslösung finden Oh shit Stelle fest, was mit den Umwandlern nicht stimmt Okay Oh shit Oh mein Gott Alter, die kommen jetzt ziemlich fies So, die knalle ich mal Zuerst mal alle ab Und befreie mich mal von denen Alter, die haben da Bomben Oder was auch immer Oder Granaten So ähnlich Wie Haftbomben sie sind Erledigt, Mann Das ist keine grosse Sache mehr Diese Diese Viecher hier zu erledigen Oh nein Oh nein Sehr gut Vorsicht Jetzt kommen sie alle auf einmal Okay, wisst ihr was Ganz einfach So Mit dieser Waffe eben Kann man wie gesagt gut zielen Das ist nämlich eine Menge wert Okay Jetzt muss ich mich hier wieder befreien Von diesen Dingen Okay Okay Ich geh jetzt mal hier durch So Gut Wir haben das Ganze Muss ich jetzt hier runter Oder rauf Ne Ich muss rauf Oh nein, Mann Oh nein Bitte Muss ich jetzt Ich bin jetzt verwirrt Ey Ja Ich muss runter Leute Definitiv Ey Hier sind sie ja schon alle Oh nein 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 Okay Ihr wollt's Okay Ihr wollt's auf diese Art Kann ich euch geben Bam, Junge So Wieder ein paar abgeknallt Dann können wir wieder vorrücken Scheiss drauf Einfach scheiss drauf, Mann Langsam muss ich da auch ein bisschen näher kommen Ich kann mich da nicht die Alport verstecken Okay Eigentlich hab ich's in den letzten Folgen immer gut gemacht Aber jetzt muss ich da auch mal mit Power einfach mal vorrücken So Lösen wir das ganz easy Okay Okay, den hab ich gleich ausgeschaltet, Leute Er ist nämlich Wo ist jetzt dieser Gegner hin, ey Alter Die verschwinden alle langsam, ne Oder haben die etwa Angst Okay, ja Keine Munition mehr mit dieser Waffe Dann muss ich halt diese wieder nehmen Nein, 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 nein Nein, 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 ganz sicher Oh, nein, 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 nein Jetzt muss ich aber langsam wieder in Deckung gehen Sonst Kommt ihr das Ganze nicht gut Okay, dann mach ich's halt so Sehr gut Haben wir wieder ein paar ausgeschaltet Ja, ihr seht auf jeden Fall, Leute Die verteidigen das Unheimlich böse, ey Ich hab hier kaum einen Durchgang Ja, jetzt hab ich keine Munition mehr Mit dieser Waffe Geht ja gleich gut los hier, ey Wieso hab ich eigentlich mit dieser besten Waffe nie Munition, Leute Immer mit den besten Waffen, wo ich habe Hab ich dann zuletzt am wenigsten Munition Oder eben gar keine Munition mehr, ey Das ist mega blöd, ey Ja, komm näher Komm doch näher Oh, shit, oh, shit, oh, shit Okay, ich kann auch in Deckung gehen Sehr schön Oh, Alter Die hab ich aber direkt alle in die Luft gesprengt, ne Jetzt hab ich aber wieder Munition mit dieser Ja, kommt alle her Ich rassier euch alle Oh, sehr schön abgeblockt Also, dass wir den schon mal vorübergehend loswerden Ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Phase Oh, shit, ouch Das tat weh Okay, komm In Deckung, in Deckung Oh, nein Oh, Alter Wie ich den Jetzt hab ich ihn aber eliminiert Komm nur hierher Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, was Alter, nein Nein, 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 nein Alter, leck mich am Arsch, ey Leck mich am Arsch, ey, nein Jetzt, na, Mann Keine Munition wieder mehr am Start Na, toll Ist ja super, Leute Dann hab ich jetzt im Moment nur diese zwei Waffen zur Verfügung Nicht genügend Raketen Das wäre nämlich mega geil gewesen Oh, nein, 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 nein Zurück, zurück, zurück Sofort zurück Oh, mein Gott So, jetzt hoffe ich mal Sehen wir hier bald durch Nein, noch nicht Okay, die hab ich sowieso leicht erledigt, Leute Gut Dann geht's jetzt in diese Richtung weiter Okay Ich wollte schon Ich dachte schon Ich muss in eine andere Richtung laufen Aber nee Hier sind wir richtig So Repariere die Umwandler Funktionierende Umwandler Null von zwei Okay Shit Nein Oh, Mann Ich bin doch so blöd Ich bin doch so blöd Ja Okay, ich hab's jetzt geschafft Endlich Immer das Zeug hier mit dem Rüberspringen Leute, keine Ahnung Ich verfehle manchmal einfach immer hier Okay Geschafft So, jetzt muss ich hier Geh ich halt mal ein bisschen außen rum Sollte ja nichts schaden Äh, ja Ich muss jetzt hier hochkommen Wie's aussieht Keine Ahnung Wie ich jetzt das Äh, machen soll Okay Ja, doch Ich habe eine Lösung Ja, diese Brücke Oder besser gesagt Dieser Turm ist wirklich Sehr kaputt, Leute Ich kann da wirklich auch nicht viel machen Was eben auch das Doofe ist Okay Hier ist es, Leute Hier oben Gut Ich muss jetzt einen Weg finden Wie ich hier nach oben komme Okay Das muss ich sicher mal alles zerstören Hier Oh ja Wir haben das Problem gefunden Die Schar hat den Keulen verschleimt Okay Sie haben die Keule verschleimt Sie haben das Ganze verschleimt Wir haben ihn sauber geschoben Das ist echt toll und so Aber Hier ist es immer noch dunkel Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter Okay Ich muss noch mehr sauber machen, Leute Also Heute muss ich die von diesem Schleim Also Diese Dinger hier natürlich entfernen Wie's aussieht So Wie komm ich jetzt noch weiter auf Gut Ich war jetzt eigentlich schon hier oben Gibt es hier einen Weg Wie ich noch weiter aufkomme Okay, ja Ich muss noch weiter auf Hier So Okay Ähm Oh mein Gott Ja Okay Ich laufe richtig Das ist schon mal gut Komm her Komm her Sehr schön Sehr schön Den machen wir auch gleich K.O. Und den auch So Dann haben wir mal Diese ganze Masse hier erledigt Und können weiter hier Diese Umwandler reparieren So Wir müssen beide Repariert haben Jetzt muss ich hier einen Weg finden Wie komme ich hier am besten nach drüben Okay Ich weiß selber wie das Ganze verfehlt Ich bin hier in der Nähe Aber es sollte einen Weg finden Muss ich vielleicht hier rauf gehen Könnte das sein Oder ich muss hier rauf Das macht mehr Sinn, Leute Gut So Ich habe die Lösung gefunden Das war's Ja Jetzt tauchen die mir natürlich wieder vor der Nase auf Gut So Jetzt muss ich da den Rest hier sauber machen Ja Geht mal alle weg hier Und jetzt Gehe ich mal hier ran Oh Ich muss jetzt hier runter gehen Die sind anscheinend Jetzt hier unten, Leute Jetzt muss ich das Ganze hier unten noch sauber machen Für diesen Schleim So Ziel abgeschlossen, Leute Wir haben das Ganze sauber gemacht Oh mein Gott, okay Energieversorgung in der Station wieder herstellen Okay Ich muss die Okay Ich muss die Energieversorgung wieder herstellen Okay Haben wir auch schnell erledigt, ne Ziemlich cool, wie wir hier auf Titan natürlich so herumhüpfen können Also Mir gefällt das allgemein eigentlich so in Destiny 2 Also Ich finde das einfach richtig krass cool, ey Okay Ich muss jetzt anscheinend nicht hier Ich muss draussen bleiben Ey Wieso meine ich die ganze Zeit immer Muss ich jetzt Muss ich jetzt noch weiter runter gehen Warte mal Das könnte Das könnte Sinn ergeben Dass ich noch weiter runter gehen muss Und das ergibt Sinn Gut Okay So Dann Kannst nur hier rüber gehen Sehr gut Okay Dann Vorwärts Ja 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 Das Kern wieder alles Bereits schon Oh mein Gott Jetzt sind es mehrere von diesen Okay Damit war schon zu rechnen Keine Munition immer noch nicht Ey Ich drehe bald durch Ey Okay 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 Den schalte ich auch noch aus Leute Das schaffe ich auch noch Ja Es wird immer spannender Leute Aber das ist actionvoll Nehmen wir es einfach mal mit action Okay Komm 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 Okay Okay Den haben wir ausgeschlagen Weitere Weitere Ja Sehr gut Oh mein Gott Nein Jetzt habe ich mich dieser Jetzt muss ich das alles mit dieser Waffe machen Ey Oh mein Gott Okay Wenigstens kann ich gut zielen Mit dieser Waffe Und wie ich den ausgeschaltet habe Ey Und wie man Okay So wir haben es Leute Die Sicherung muss hier irgendwo sein Finde sie und leg den Schalter um Wie ich gesagt habe Okay Finde sie und lege den Schalter um Zuerst muss ich mal das Ganze hier befreien So Machen wir das Ganze Ja Der Strom läuft Oh ja Leute Und wie der Strom wieder läuft Wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Feindübertragungen kümmern Okay Okay wir müssen uns immer noch um diese Feindübertragungen kümmern So Mission Springflut abgeschlossen Leute Super Gut Dann schaue ich mal gleich Was wir für ein Quist in der nächsten Folge dann wieder haben Okay Es kommt noch wahrscheinlich eine Story Das war jetzt richtig nice Leute Ja war eigentlich Ziemlich easy ne Also Ich fand es Ziemlich cool Gut So die nächste Mission wäre dann Wäre dann Erkunde Titan Ich würde sagen Wir starten mal gleich hier die Story Dann würde ich doch mal sagen Legen wir doch gleich mal Hier los Gehen wir zum Wegpunkt Leute So ich habe jetzt den Wegpunkt gesetzt Wir befinden uns jetzt hier natürlich Weiterhin auf Titan Dann würde ich sagen Sprechen wir mal gleich mit dir Hey Erkunde Titan Okay Machen wir So Annehmen natürlich Ah Grandiose Aussicht oder Dank dir funktioniert hier wieder alles Doch es gibt noch genug zu tun Am wichtigsten ist Endlich eine Konteroffensive gegen die Rotlegion auf die Beine zu stellen Ich habe einen Plan Aber ohne dich funktioniert er nicht Bei der Stadtevakuierung haben wir ein Rotlegionsignal von oberster Priorität abgefangen Aber wir können die Verschlüsselung nicht knacken Holiday sagt es gibt Technologie die die Archologie zum Laufen bringen kann Aber sie befindet sich im Feindgebiet Du müsstest blind reingehen Ist schon seit Jahrhunderten dunkel Was wir aber wissen ist Dass die Schade unten ihr Unwesen treibt Aber wenn du dabei wärst Setzen wir den Plan in die Tat um Okay Leute ja das finde ich gut So Ähm Gut Neue Mission verfügbar Gut dann schaue ich gleich mal Was die neue Mission ist Utopie abgeschlossen Okay Gut Dann würde ich doch mal sagen Schauen wir gleich nochmals auf unserem Navigator Natürlich wir haben jetzt mal So Gut Utopie Dann würde ich sagen Starten wir gleich mal mit dieser Story Aber eben Das wäre dann eine Mission für die nächste Folge dann Aber die Story können wir auf jeden Fall mal starten Und wenn keine Story kommt Gehen wir einfach mal rein Spielt die eigentlich keine grosse Rolle Aber spielen werde ich es dann erst in der nächsten Folge wieder So Neue Mission Utopie Gut Sicher ein goldenes Zeitalter Prozessor um Informationen der Rot Legion zu entschlüsseln Gut Ja Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spass gemacht Leute Und es geht weiter bei der Rot Legion Mir hat es bis jetzt eigentlich wirklich sehr gut gefallen in Destiny 2 Und eben das wäre dann eine Mission Für die nächste Folge Leute Ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen Und wünsche euch noch einen schönen Abend Leute Macht's gut Und bis zum nächsten Let's Play Leute Haut rein Leute Und Tschüss